und dann am gleichen tag war der wir müssen doch auf marco warten keine ahnung was er so lange macht ich habe ich habe den schwertransport genommen mir wird hier nicht das bild angezeigt aber michael ja es ist schön mit dir reden zu können ja das glaube ich gerne sogar leichter als immer stehen zu bleiben zu schreiben ja ich will aber debattieren spielen ja aber geht ja nicht los jetzt mach marco also ich muss leerfahrt fahren warum ich hab da nichts hin dann bedankt ich bei meinem spiel weil das macht nach einer zeit nicht mehr mit dann fahr doch nach la rochee oder bordeaux ist ja auch die richtung dann dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ähm, Trucker Babes? Ne. Wie es heißt? Ah, äh, ne. Ne. Äh, da, da geht's hauptsächlich um ne Sendung. Da geht's hauptsächlich um Frauen, die nämlich, äh, Truck fahren. Das sind deutsche. Frauen. Ne, kenn ich nicht. Und die machen das... Warum? Was machst du? Ich muss was einstellen am Truck. So. Weil das Licht ist mir zu hell. Und die machen das halt mit Leidenschaft. Ich hab mir heute mal so ne Folge angeguckt davon. Ich mach auch alles mit Leidenschaft. Ich auch. So. Ich schalte hier vorne mal rechts. Hm? Ich warte hier vorne rechts auf dich. Okay, ich fahr schon weiter. Ach, jetzt kommt er von hinten. Ja, jetzt geht's. Und wieder. Äh. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020